und stellen vorher noch ihr guckt nur er guckt schon was länger ach du schande vielleicht die falle abgezogen nix mehr ja genau toll ich wollte ja nur mal fragen ist ja schon okay ich wollte ja noch plündern warten und sind die kollegen kommt jetzt noch nicht kann man nicht vergammeln lassen ist der typ noch da oder kommen ja nee du hast was beruhigt auch mit immer mit immer mit können wir alles gebrauchen auf der reise dem geht es gut und der hat spaß warum steht hier nur ein wendigo aber vielleicht brauchen wir den weil das ja irgendeine bewandten ist und das lasse ich mir nicht durch die lappen gehen ab obwohl ich weiß nicht mein gefühl sagt mir es mal lieber ein häppchen ach der ist wahrscheinlich jetzt ersatz hier für den anderen vogel hießen ja für die sonst diese nilbe wo wir noch fleisch hat das haben wir gerade aufgesammelt naja komm lassen wir den oder war der sonst auch da interessant interessant hier ist die geistergeraffel wo ist denn jetzt hier die ölstadt dahinten habe ich so jetzt das gefühl das geht ganz schön in die hose wenn wir da reinmarschieren wie immer und danach unbedingt in die wüste eiern und der tante bescheid sagen und dann mal gucken es geht ja jetzt eigentlich nur darum kohle beschaffen für das schwert kohle 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 muss ich den typen hätte ich den umhauen soll der doch wendigo hat ja kein großes portemonnaie ne da müssen wir lieber hier so genau die typen mit den waffen umknopfen klopfen knoppern knoppern was wollte ich denn sagen komisch ausdauer und die haben ja dann so sachen für 60 öcken da brauchen wir dann nach adam riese ein paar wenn wir da auf 1 5 kommen wollen oder wir finden einfach mal ein paar edelsteine da hinten hier ist wieder richtig action ne ach warte mal hier waren ja die hier waren ja die komischen füchern immer ein heiltrank ich weiß nicht wirklich nicht verballern für sowas nicht dann auch aber ist hier oben irgendwas das sieht doch verdächtig aus das wichtigste nehmen wir überhaupt auf ich habe schon gesagt ich habe keinen zweiten monitor sonst würde ich erzählen ich muss mal raus die musik ist beruhigt der meyer platt geworden obwohl die sind jetzt wieder riechst du jung ich habe gepustet das mikro gepustet habe ich gehört gleich scheppert hat hier los dann kommen die coladosen angedackelt ja sind sie schon kein bock auf euch ich will nur die höhle aus räubern das bestimmt noch ein riesen schatz den wir brauchen oder direkt das leuchte schwert das wäre super wahrscheinlich haben die auch am eingang gewartet so alle so wieder klapp klapp schnipp schnapp und also ab haben sie mich ja ist ja so ja jetzt schon sehr lange zeit für kaffee also hier lecker trinken ist so wichtig heutzutage er lädt verdächtig lange wenn du gegner triffst insbesondere mit schweren waffen werden sie umgestoßen und brechen ihren angriff ab das spiel ist gerade abgestürzt so da sind wir wir sind jetzt ich habe gerade ein bisschen wammel und das schlimmer sich hat die letzten zwei drei tage leichte kopfschmerzen kennt ihr das keiner lieber mal so richtig kopfschmerzen haben und ich hatte so leichte so nervige den kaffee weggelassen habe also wenn der hier rumgerüst kommt dann gehe ich direkt wieder hoch hat ja nicht mal eine chance eine falle zu stellen aber ich hätte auch kämpfen können wir haben neue waffen ich bin ein schisser ja das machen die kopfschmerzen ich habe jetzt vielleicht eine wärmflasche mir in den nacken gelegt das ist so kaputze auf und dann eine wärmflasche rein und das geht langsam aber ich bin ein bisschen angerüttet ich weiß nicht ist das sommerkrippe ist das was reales oder bildet man sich das ein gut ich glaube eher das kommt daher dass ich jetzt muss ich eh gegen die kämpfen aber wir haben nichts ätherisches das liegt eher daran dass ich kaffee weggelassen habe jetzt gott sei dank wurde wieder schlimm kaffee ist echt also koffein ist man merkt das gar nicht also sagt der körper aber ihr habt da jetzt bock drauf und dann denkst du warum nicht und dann hängst du da und haust dir das zeug in den kopf man muss gar nicht sagen ich wahrscheinlich ist beides irgendwie kaffee abgewöhnt ein bisschen an irgendeinen infekt am kopf gezogen und dann jetzt gestern nacht erst mal da habe ich traue mich gar nicht zu sagen habe ich 14 stunden gepennt mit unterbrechung mit pipi machen gehen und so aber wirklich völlig fertig nee nee das ist das ist dann schon wenn irgendetwas im argen ist der ist weg nein da kommt er wieder hat er mich bemerkt hoffentlich nur er nicht dran okay wieso wieso blockst du nicht die taste fürs blocken ist was ist jetzt hier kaputt ach da ist blocken seit wann das irgendwas ist hier kaputt irgendwas ist falsch jetzt ist das hier wieder dasselbe spiel achte ich blocken immer auf der das echt war das so warum doch ich glaube ja gut ja ich muss mich jemand nicht steuerung wieder gewöhnen ich habe jetzt hier eine woche nicht gespielt und von der letzten aufnahme wo ich habe ich noch da wollte ich loszocken danach 20 minuten und dann hatte ich kopfschmerzen und dann habe ich keinen bock mehr gehabt und dann schon wieder drei tage pause wir rennen wir ein paar runden hier vielleicht eine falle hinstellen aber warte mal ich wollte eigentlich auch gucken was hier oben ist ich war letztes mal gesehen dass hier oben auch was jetzt nicht hier ach du schande ist ja gar nix ach so ja wie jetzt aber bist jetzt nur du hier okay komm her jetzt weiß ich wie blocken das wird schief geht das wird schief gehen mein freund mein freund noch immer noch eine runde wir machen wir jetzt also fallen wegen ist dann hier nicht so die zeit aber hier sind mehr tuchte heute was gibt es nicht immer alles mit wollte ich letztes mal schon machen so und jetzt rennen wir noch mal eine runde hier und gucken wer kommt na wo wer weiß vielleicht immer noch mal der hat schon wieder abgelassen lock ich nur dich hier kommen man kann die aus träg sind so ein bisschen und die trägst mich aus abwählen 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 äh oh aus dabei ich verballer hier wieder die aus dabei ja ja ich ruhe mich nur aus moment ja 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 sagt daher ja ja ich habe auch hier einziehen können das doch schön hier eigentlich den beschlägen also nachts heimlich das metall abschrauben und dann ein schrott händler verballern oder macht ihr das hier die ganze zeit wir gucken mal da seht ihr wie wir hier pro gaming geht einfach mal langsam immer im kreisraum jetzt wird es aber auch doof ne jetzt so trickst du dass ich hier raus gehen oder ich will die eigentlich platt hauen mann 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 ich irgendeine fähigkeit oder ich könnte ja die zeit reicht eine falle zu legen bringt dann auch nichts das können wir jetzt hier 20 minuten durchziehen aber eine folge wieder voll guckt ja eh keiner den ramsch weißt du höchstens so in 20 jahren so guck mal was hat der denn da er dachte ich für eine sekunde ich hab's mal abgelenkt doch nicht ich überlieg den zeit wie wie ich will einen einzeln kriegen aber nein da kommt er wieder zu zweit und wenn der aggro ist kommt der andere auch aggro wie seid ihr denn drauf aber gut mehr gibt es auch nicht das ist auch egal da oben waren irgendwie kammern und wenn da irgendwas sein sollte dann von mir aus wir haben wir das mal erkundet gucken wir mal was wir herausgeräubert haben misst aber so kommen wir auch nicht an kohle aber ich hab so bock auf das spiel ich hab schon vermisst ein bisschen hört er hat man wieder hier wird schnell gucken was haben wir denn da jetzt rausgeräubert ach wir haben auch die kampfklamotten wieder nicht an plunderrüstung immer gewünscht irgendein trunk edelstein das hat sich schon mal gelohnt aber so wirklich irgendwie nicht warte mal hatte ich das jetzt habe ich dann stahlsäbel gefunden habe ich mir noch teuer gekauft oder gab's den da hätte ich den schon viel eher haben können naja er gibt bestimmt kohle wahrscheinlich nicht bei meinem glück hätte ich hier die kassetten stiefel und das hätte ich anziehen müssen machen wir jetzt mal ein bisschen platte einfach aus frust weil ich weiß irgendwie ist da doch so alles nix und hier sehen denen den rucksack hat ja auch abwerfen können kommen da kämpfen wir uns mal mut an problem hat mag immer mal in die vor bei dem ding und könnte kommen da oben ist auch einer ich hätte ja auch mit dem bogen ballern können nicht doof aber die sind immer so schnell dann dran aber das geht ja jetzt gehen die jetzt da sind drei jetzt irgendwie ist heute nicht mein tag ich glaube die kopfschmerzen sagen noch so nö lass mal jetzt kommen die zu zweit darunter gerollt aber ich probiere das mal mit hin das geht doch nicht geht ihr wiesens getrennte wege ein jetzt patrouilliert ihr da also der kam da gucke hier kommt er wieder runter was ist was ist denn mit dem kaputt hier guckt mal ich habe nur was gefunden lasst und spielen ich gehe mal ich weiß nicht mama mama kennt ihr solche kinder weißt und die lernen das nicht nach dem ersten mal so ich finde es ja okay dass die alter nix sagen damit die kinder mal irgendwie lernen dann geht das jeden tag so mama oder papa guck mal mama 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 und dann geht das wochenlang jetzt stehen die da auf dem laufen finde ich gut und der kommt jetzt angerannt ich wollte es jetzt aber eigentlich der ist jetzt allein ich werde ich jetzt an oh gott da zieht ja gar nichts ab er schießt mit feuer